Russland, die Ukraine, die Türkei und die Vereinten Nationen haben nach türkischen Angaben eine vorläufige Einigung zu Getreideexporten aus der Ukraine getroffen. Die Verhandler der Länder wollen sich laut türkischem Verteidigungsministerium nächste Woche erneut treffen, um die Vereinbarung zu unterzeichnen. Die Parteien hätten sich auf die Errichtung eines Koordinationszentrums geeinigt. So könnten die Sicherheit der Meeresrouten garantiert und die Lieferungen der Schiffe kontrolliert werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte am Mittwoch, man unternehme erhebliche Anstrengungen, um die Versorgung des Weltmarktes mit Nahrungsmitteln wiederherzustellen. Ich bin den Vereinten Nationen und der Türkei für ihre Bemühungen dankbar. Der Erfolg in dieser Sache ist nicht nur für unseren Staat wichtig, sondern ohne Übertreibung für die ganze Welt. Wenn die russische Bedrohung der Schifffahrt im Schwarzen Meer beseitigt werden kann, wird dies die weltweite Nahrungsmittelkrise lindern. In ukrainischen Häfen stecken wegen des Krieges Schätzungen zufolge etwa 20 Millionen Tonnen Getreide fest. Nach Einschätzung der UN könnte die derzeitige Blockade im nächsten Jahr eine Hungersnot bei bis zu 19 Millionen Menschen auslösen.